So, ich brauche hier hinten unbedingt ein Bett. Also ich muss mir jetzt dieses komische Bett hier abgreifen. Also wir haben hier so eine tolle Kiste mit... Wo ist Bett? Bett, 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 Bett. Nee, Holz. Ah nee, erst mal Bett. Erst mal ins Bett, dann ein Bett nehmen. An mich nehmen. So, ich nehme jetzt mir erst mal ein blödes Bett. Da. Da auch nicht. Holz. Holz. Bett. So, jetzt habe ich die Schnauze nämlich davon voll und stelle mir da hinten mal in die Ecke, weil das ist so weit weg, ne? Also Mensch, Kilometer weit weg da hinten, die Kacke. So, jetzt machen wir nochmal so einen Garten-Soyl-Krams. Und zwar machen wir nochmal einen Stag. So, noch einen Stag von dem Zeug. Bett, Bett, Bett. Ich mache mal das Bett. Bett, naja, dann brauchen wir nicht bis da hinten bei den Kühen schlafen. Ja, vielleicht noch eine Fackel, oder? Komm, ein bisschen, ein bisschen schön kann man es hier machen. So. So. Okay. So. Jetzt Gartenerde, Blumenerde, haben wir mit dem Kompost hergestellt. Und wir hauen jetzt mal hier rein. Ja. Wir hätten eigentlich direkt mal die Hacke. Ah, ne, die haben wir ja jetzt immer dabei. Ah, die sind ja noch schlauer, viel schlauer als gedacht, ne? So, eins, zwei, drei. Hier kommt irgendwie Erde hin, damit die grün werden kann. So, grün werden kann. Da kommt ein Zaun hin. Hier kommt, ähm, ja. Hier ist es dunkel wie, ne? So, genau. Werkzeuge. Hacke. Hacke. So, dann machen wir mal hier. Ordnung, haben wir hier sowieso nicht mehr drin, ne? In den Feldern meine ich, also. So, dann Jute. Die Jute. Dann, wohnen wir mal, wir fangen mal hinten an, ne? Nein. Da. Auf normaler Erde. Und hier drauf wächst die wohl nicht, oder was? Hm. Okay. Das ist natürlich... Da drauf. Ah, unbearbeitet. Aber, jetzt ist das Problem wahrscheinlich... Kann man die runterploppen? Moment. Nein. Gut. Dann machen wir das hier voll. Wieso wächst die so? Hä? Moment. Und ich kann die... Moment. Dazwischen? Hä? Auf... Ach... Also, viertel Blöcke. Das muss man nicht wirklich verstehen, oder? Äh... Ist das jetzt ein Anzeige-Bug? Oder... Habe ich irgendwas nicht wieder gerallt, ne? Ihr könnt euch schon wieder... In die Hose pissen, vor Lachen. Da setzt man zwei. Einmal. Zweimal. Ja, machen wir es mal so, ne? Dann... Ist es doch vielleicht etwas... Galanter. So. Und jetzt haben wir noch hier... Nein! Die setzen sich aber auch so... Flott. Jute. Okay. Jo. Kann man... Mit leben, ne? Ähm... Wir haben hier... Oh, Mann. Wir müssen mal gucken, welche wir noch nicht haben. Ähm... Ja. Ich will das mal aus Essen. Wird Zeit für vernünftiges Essen, Leute. Es wird so Zeit für vernünftiges Essen. Was haben wir hier noch drin? Ach du Scheiße. Noch mehr von dem Mist. Zucchini. Fuck. Ähm... Ja. Zuckermelone. Kartoffel. Erdbeere. Gurke. Tee. Brokkoli. Kaffeebohnen. Salat. Pfeffer. Chili. Pfeffer. Tomate. Eichenschu... Ach. Eichenschufach. Spinat und... Sojabohnen. Okay. Oh, Mann. Wir haben hier noch einiges vor uns. Jetzt bin ich schon wieder mit dem Pflanzen beschäftigt. Das ist übel. Wir müssen die Kiste ausräumen. Und wir brauchen eine Liste. Ich muss ein Buch schreiben, oder? Soll ich mal ein Buch schreiben? Was wir alles haben? Ich schreibe mal ein Buch, oder? Äh... Ja. Das machen wir, glaube ich mal, ne? Wir haben ja Bücher ohne Ende. Ich mache erst mal die Steine weg. So. Erst mal schwarze Kacke. Die Pestkacke weg. Dann... Hier ist nichts. Äh... Mixsteine. Mixsteine. Mix... Was ist das? Erde, Erde, Erde. 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 Die lassen wir mal hier. Rucksack. Das ist noch einer. Die tun wir mal da hin. Stickies. So. Jetzt ist die Frage. Ein Buch. Buch. Wir haben ein Buch. So. Und jetzt brauche ich einen Stift. Wie kann ich... Moment. Wie kann ich das... Buch. Wir brauchen... Moment. Ich brauche... Ähm... Moment. Buch. 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 Ein Buch. Ähm... Was haben wir hier? Beschriebenes Buch. Verzaubertes. Dickes Schreibbuch. Dickes Schreibbuch. Wie macht man ein dickes Schreibbuch? Achso. Okay. Ähm... Wir brauchen... Black Dye. Schwarzen Farbstoff. Diese komische Kacke. Ein Buch. Und eine Feder. Buch. Feder. Schwarzer Farbstoff. Ähm... Haben wir doch. Schwingen wir hin. Schwarzer Farbstoff. Einmal. Äh... Feder. Haben wir eine Feder? Wir haben keine Feder. Weil wir keine Hühner haben! Eine Feder. Können wir die selber machen? Nein. Eine Feder. Wir haben keine einzige Feder. Jetzt brauche ich eine Feder. Okay. Wir brauchen... Tintenbeutel. Gibt keinen schwarzen Farbstoff oder was? Hä? Das gibt doch normalerweise diesen dunklen... Farbstoff? Kohle. Nein. Wodraus wird der gemacht? Farbstoff. Hallo? Ähm... Moment. Black Dye aus... Black Color Lilies. Ja, jetzt hoffe ich aber mal, ne? Black Color Lilies. Ich fasse es nicht. Wir brauchen... Wir können keinen schwarzen Farbstoff machen. Ja, ist es denn? Okay. Das Projekt ist erstmal abgebrochen. Ähm... Ja. Okay. Projekt abgebrochen. Massivst. Weil... Macht keinen Sinn, ne? Also wir brauchen Black Color Lily, wo ich nicht mal ansatzweise... Kann man die selber machen? Nein. Ähm... Okay. Ach, den Tintenbeutel muss ich so da reinlegen. Ja gut, dann geht's ja noch. Dann brauchen wir nur einen Huhn. Wir gehen also auf Hühnersuche oder was? Ja, genau. Wir gehen auf Hühnersuche. Ähm... Huhn. Huhn hat Feder. So war das. Ne? Ja. Huhn hat Feder und... Mann braucht Bett. Das tun wir mal hier rein. Ähm... Essen haben wir genug dabei. Rucksack haben wir dabei. Das, das, das. Den brauchen wir gerade nicht. Wasser einmal brauchen wir auch nicht. Wir haben ein Schwert. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Okay. Fackeln haben wir auch in rauen Massen. Okay. Ich guck gerade in die Richtung, weil ich wollte die Hunde mal wieder sehen. So. Hühner. Ähm... Da waren Schafe. Und hier hinten sind... Hühner. Ich glaub daran... Feste daran. Hier hinten sind irgendwo Hühner. Was? Nein! Alter! Du Penner! Stirb! Cool. Der ist tot. Der fetzt uns sonst hier nämlich alles weg. Wieso sind hier auf einmal so viele Viecher? Vor allem den Creeper, ne? Wir brauchen einen Zaun. Wir müssen einen Zaun bauen. So. Wir gehen jetzt Hühner suchen. Und zwar in die Richtung. Kack, kack. Kack, kack. Eher Quack, Quack als Kack, kack. Hören wir irgendwas? Also die müssten ja eigentlich hier schon dreimal aktiviert sein, ne? Also hier vom Chunk her. Hm. Schäfchen. Hier hinten geht's ja nicht wirklich weit, ne? Ich laufe natürlich irgendwie in die falsche Richtung eigentlich. Weil... Schäfchen. So. Wo sind eure Freunde? Kack, kack. Hm. Hühnersuche. Ähm. Hühnersuche. Häh. Also normal stehen die ja an jeder verdammten Ecke rum, ja? Und jetzt... Und jetzt? Hm. Ja, ähm... Scheint mir gerade ein etwas sinnloses Unterfangen zu sein, wollte ich sagen. Ja, die sind natürlich auf so Plains und so zu finden, also diese komischen Biome mit Wiese und nicht hier mit diesen Bäumen noch dabei. Genau, wir hätten ja mal gucken können, was ist das? Rote Schlauchpflanzer. Ähm, Fliegenpilz, hier sind unsere Bäume, da wohnen wir, hm, die könnten wir eigentlich auch mal fällen, ne? Was ist das? Einen Gunsel. Scheiße. Du Ners. Jo. So. Dann, ähm, Hühnchen. Ja, wir befinden uns auf Hühnchensuche. Hähnchensuche. Und das sind Strandflieder. Strandflieder? Strandflieder. Okay. Strandflieder. Kann man mal machen. Wir brauchen nur Hühnchen. Nehmen wir mal in die Richtung. War wahrscheinlich die richtige Idee. Schmetterlingsfliege. Flieder. Schmetterlingsfliege. Rotes Habichtkraut. Was haben wir denn hier gerade noch? Ah, irgendeinen Käse aufgenommen von der blöden Spinne. Hühnchen. Hallo. Die könnten wir mal... Moment. Jo. Moment. Wir nehmen mal sowas in die Hand. Und? Hm. Soll ja... Soll ja Seeds geben. Ähm... Ach, dieselben. Ah, okay. Ja, okay. Dann brauchen wir da nicht mehr... Okay, das können wir uns sparen. Ne? Das ist dann... Ja. Okay. Kokolores. Ne? Werkzeuge. Ähm. Mampf. Wir brauchen noch einen hier, um Sachen zu lagern. So. Da kommt unser Kram rein. Genau. Also Mampf. Äh... Rucksack. Da kommt dieser ganze Schnickschnack rein, den wir so finden. Das Bett natürlich nicht. Und dann Hühnersuche. Aber... Ja. Seit Jahren... Laufen wir einsam durch die Wälder. Stoffgarten. Naja. Orangerundes habe ich Kraut. Wie hieß die? Irgendwie... Schwarze... Todeslily oder so, ne? Irgendso ein Mist. Fuchsi... Stoffgarten. Komm, da können wir irgendwas daraus machen. Stoffgarten. Komm. Nehmen wir immer mit. Immer mitnehmen, ne? 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 Ahja! Okay. Hier sind... Superviele Tiere so, überhaupt, ne? Also, das mein... Minze? Moment. Farbstoff? Minzblatt. Kann ich das pflanzen? Minzblatt. Heilungssalbe Heilungssalbe braucht kein Mensch Hallo Hey Hundi Du bist nicht meiner Aber hier kommen wenigstens mal Tiere Hier haben wir Eine Höhle Ja Höhle 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 Brauchen wir eigentlich nicht Ja Kill du mal das Schaf Oh die Kuh Schafe Hier steht auf Schafe Ähm Ich bräuchte diesmal aber Leider Hühner Also wenn wir jetzt hier immer wieder So im Kreis umlaufen müssten doch Eigentlich alle Tiere die es so gibt Spawnen also irgendwo müssen doch hier ein paar Guck mal Acapulco Enten oder was Sogar blöde Enten Also Entschuldigung Doofe Duffy ist hier unterwegs Da 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 Hallo Hey Kumpel Haben wir eine Feder? Wir haben eine Feder Na dann Ist doch alles gut Hey Hühner Noch mehr Hühner Noch mehr Huhn 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 Kuh Hühner 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 Die spawnen scheinbar Als letztes oder was Wenn die irgendwo spawnen Oder wie Das wäre natürlich Eine Erklärung Ja Also man muss Das Gelände dann Wohl erst Ablaufen Und dann Ja gut Ich brauche ein Bett 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 Schlafen Gut Also man muss Das Gelände Wohl immer Erst Eine Runde ablaufen Und dann Kriegt man Hühner So was ist hier Nichts Gutes Das wollen wir nicht sehen Ja gut Wir haben Genügend Kram gesammelt Wir gehen mal Ich weiß gar nicht In welche Richtung Wir müssen Äh Ich glaube Wir laufen falsch Ne Naja Da sollten wir doch mal Hier kurz gucken Dass wir irgendwas Zu essen kriegen Moment Was haben wir denn noch Leckeres Ähm Steaks Obwohl Steaks Brauchen wir Für die Leckeren Äußerst Nahrhaften Sachen Ach komm Wir Hauen uns jetzt mal Möhren rein Das wird was anderes Haben So Und dann brauchen wir Ein Atlas Äh Wald Wir sehen Wald Wir müssten Genau In die Andere Richtung So Sind die Bäume Geordnet Da laufen wir Genau drauf zu Das wäre Baby Blö Achso Das war diese Okay Ja Dann gehen wir halt Hier in die Richtung Das machen wir So Machen wir hier noch Ach diese blöden Bodengärten Die einem nichts bringen Sieht aber schön aus Hier Da ist noch so ein Bienenkorb Den brauchen wir aber nicht Weil ich nicht mal Ansatzweise eine Ahnung habe Was man mit den blöden Bienen macht Oder machen muss Das müsste man dann Erst mal Rauskriegen Hier sind noch so ein paar Stoffbärten Jetzt haben wir einmal Damit angefangen Machen wir das auch Zu Ende Wir bringen es zu Ende Jetzt Äh Schäfchen brauchen wir nicht Wir haben hier Sind wir richtig? Hallo? Ja Irgendwie schon Gut Ähm Ja Das sieht gut aus Würde ich sagen Das sieht aus Wie so ein Wäldchen Was Mal Wie man da mal gehört hat So Und wie sind wir jetzt? Ach hier sind wir Ah Mann Wo ist es? Ach hier ist der Baum Und wenn man rumschwimmen muss Achso Dann könnten wir ja gleich Hier mal diese Furzdinger hier einsammeln Moment Okay Machen wir mal Ähm Ja Das wäre natürlich Jetzt Da muss man sich mal Irgendwas einfallen lassen Also das ist nervig So Ich finde es jedenfalls Nervig Also diese Drama Mucke da oben Jetzt Die muss beim nächsten Mal Auch Also das ist ja Drama Mucke hier Ich mache es jetzt so Ich mache es jetzt so Und Hier ist sonst nichts mehr Okay Wir müssen da Stufen hinbauen Also auf jeden Fall Ich mache es jetzt so Geht nix ab. Gut, wir bauen uns ein Buch mit Stiftchen. So, und zwar brauchten wir dazu ein Buch. Wir brauchen, äh, was haben wir denn hier noch alles gefunden für einen Schrott? Pampelmuse. Federn in rauen Massen. Wir brauchen eine? Jo, eine. Ähm, wir brauchen Jute. Jute Fiber, Dings da Jute. Kommen wir mal hier rein. Jute. Äh, jo. Kommen wir mal hier hin. Wenn ich denn wüsste, ne, was man und wie man, dann wäre es schon nicht schlecht. Ähm, gut. Wir brauchen, Moment. Buch. Wir brauchen einmal Farbstoff, dann noch Feder, Buch, Farbstoff, Black Dye. Oder den Beutel, so wie er ist. Gut, dann nehmen wir mal einen von den Beuteln. Den Fischbeutel. Und dann müsste das doch eigentlich klar gehen, oder? So im Dreieck anordnen. Wenn wir mal machen. Buch oben in die Ecke. Dann haben wir einmal Feder, einmal Farbstoff und ein Buch. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Dickes Schreibbuch mit Papier drum. Okay, machen wir mal. Dickes Schreibbuch mit Papier. Wir haben Papier. Ich hoffe, dass das funktioniert. So. Dickes Schreibbuch. Und jetzt gucken wir mal, was das dicke Schreibbuch so macht. Ah, okay. Dickes Schreibbuch. Also, das ist unser Titel. So. Boah. Hm. Ich habe gerade keine Ahnung. Von daher.